Wenn der Mond neu geboren wird, ist es Zeit für die Erneuerung. Nimm dir eine Pause. Atme ganz tief in dein Herz. Spüre die Stille und den leeren Raum. Löse dich von allen Vorstellungen der Liebe. Spüre, wie sich alles in den Raum der Stille und Weite auflöst. Du gehst ganz in deinen Herzraum zurück. Ein wunderschöner Tempel im Zentrum des Universums, in dem alles möglich ist. Alle Anhaftungen sind verschwunden. Du genießt die Weite, die Leere, die Offenheit, den Frieden, die Stille. Und ein wunderschöner Tempel. Untertitelung des ZDF, 2020